Wir sind nun vor der Trappelung durch Deutsch-Bahn. Fenster schießen, braun, braun, Fenster schießen. Durch den Kennishofener Tunnel. Anschließend passieren wir den Bahnhof Kennishofen. Unser Loch muss danach voller Kraft nehmen, um den Anstieg zu bewältigen. Das ergibt eine ganz besondere Bahnkostung. Auf geht's in den Weiler Kehrtunnel, in dem übliche Höhen unterbrochen werden. Als wir auf dieser Strecke die Hintergrundzüge verkehrten, musste ein Bahnmitarbeiter täglich die bis zu über 1 Meter lang Reisszapfen von der Tunneldecke schlagen werden. Die Züge wären sonst geschämt worden. Und dann noch kein der Füge fährt. Wir haben hier auch noch ein paar Maltarbeiter. Der Sitz ist in der Fall. Ein ganz flach regiert. Ein sehr langes Gapot in den Bern. Und auch jetzt sind wir die Reisszapfen. Den craziesten Gapot und den Kälte.